Hey Leute, willkommen zu Minecraft, also Mods 3, mit mir und dem lieben Schnitzel. Aber Schnitzel ist noch nicht da. Hey Schnitzel, hallo, lebst du? Ich glaube ja. Every single one of them, not only man, the woman, and the kids too. Not enough room. Ohhhh. 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 Every single one of them, not only the woman, the kids too. Du warst nicht zwischendurch einmal online oder so, ne ne? Ne. Gut, der Meiner hat nämlich ohne Probleme einfach weitergearbeitet, und er hat sich gehockt, ob das online war oder nicht. Ich glaube du weißt, was ich meine, oder? Ist relativ voll. Wenn ich das mal so sagen darf. Was? Relativ voll. Wir haben viel, sagst du? Ähm, alle Kisten sind voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen 8 64 Cardinger haben. Nein. 8 unserer Kisten von meiner sind voll. Ja, aber sagst du, wir müssen 8 64 Cardinger haben, damit wir alles in seinem E-System machen können. Nein. Wir müssen, ähm, 8, ähm, 10 Milliarden Dinger machen. Nein. Jetzt nicht. Ähm, Schnitzel add das End. Was? Wir haben das End-Schnitzel. Der, der baut grad das End ab. Hä? Hast du los? Warte, ich bin gleich da, aber was meinst du? Der baut grad, der baut grad das End ab. Guck in die Kisten, Junge, der baut grad das End ab. Ich hab, ich hab, ich hab übern Sack Moss Stone, Stone Bricks und paar Kisten schon. Es ist immer das gleiche, wo er letztes Mal abgebaut hat. Nein, ganz woanders. Wo hast du denn die Kiste? Guck Gold, guck die Kiste, siehst du das? Ich hab hier noch mehr von dem Kram, guck, siehst du das? Das ist halt Real Talk. Wollen wir ihn stoppen und hinfliegen? Nein, lass, warte, warte. Kann der das End-Portal abbauen? Wo ist das End-Portal, kann ich nicht abbauen? Das ist irgendwo in die Richtung, aber warte. Am Strand? Keine Ahnung. Ne. Glutonium, das. Ne. Ich glaub nicht. Ah, ich seh es, oh mein Gott. Und das End, ja, nein. Nein. Echt nicht? Oh, hier liegen viele Items. Als ob das echt nicht das End ist. Aber hier liegen viele Items. Hä, was ist es denn dann, was er gefunden hat? Lied. Oder hat er das End schon abgebaut, Schnitzel? Amazing Sunglums, Glasses. Ja, nimm den ganzen Rotz mit, Schnitzel. Fortune 2, huh. Ja, das ist kein End, leider. Was ist das da, ein Dungeon? Das ist so eine Mine mit Holz. Und Balmung. Und den komischen Stein. Komische Mine ist das. Ne sehr komische Mine. Äh. Äh. Entschuldigung. Schätze, ich glaub unser Speicher ist gleich wieder voll. Damit ist Zeit. Wir haben richtig viele Dias. Wie viele? In der einen waren irgendwas so 20. Und in der hier sind auch wieder 12. Das heißt richtig viele, aber auf jeden Fall genügend. Was machen wir eigentlich mit dem Reaktor? Wir brauchen irgendwie nicht mehr, Schnitzel. Dekoration. Ah, umweltverschönern. Wie findest du meine... Wie findest du meine Gläser? Schicke Brille. Was? Schicke Brille, Schnitzel. Da hast du noch eine drin, ne? Top. Kann ich mir nachhören. Sagst du, ich soll mal eine neue 64k bauen. Nur 64k? Ja komm, zwei Dings brauchen wir jetzt noch nicht. Wir machen erste 8 voll mit, äh, 40k. Ich bau grad schon. Boah, hier sind auch 22 Dias. Hier sind überall Dias. Hier sind auch nochmal 22. Ja, ich hab die... Ich nehm die nicht raus, Schnitzel. Ich nehm grad erstmal nur die Erze raus. 24. Junge, wir haben so viel... Schnitzel kurz mal... Gucken wir mal in unsere, ähm, Erzkiste. Ja, die ist voll, oder? Relativ. Passt noch ein bisschen... Oh, Obsidian-Schitzel. Ey, wo ich hier am Bauen war, ne? Am Craften... Weißt du, wie viel Obsidian wir hier hatten? Hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Hä, ich Solar Penis gemacht? Ach ja, stimmt. Und... 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 Ja, das ist dein Ding. Ich hab mich... Ja, du musst es doch nur... Schwer ist es nicht. Ich hab mich um die Solar Penis gekümmert. Hab gesehen, dass die Maschinen richtig viel Obsidian gemacht haben. Mein Game ist ein paar Mal gecrashed. Nimm mal 4 Stacks Obsidian sind jetzt dran. Ey Schütze, sobald ich irgendein Plankist-Notenable gekickt werde, crashen mein Game auch gleich mit, ne? Damit du Bescheid weißt. Nimm mal das Obsidian raus... Die Kohle... Das Kratz... Das Kratz ist immer sehr wichtig. Nimm immer alle Erze erstmal raus, jetzt. Noch... Noch ein paar mehr Stacks Obsidian. Obsidian. So, Erzkiste ist voll. Schütze, wir brauchen mehr Speed-Upgrades. Oder ist es schon Maximum? Das ist Maximum. Echt? Ach schon acht, ach schon acht, ja. Ich glaube, man kann noch ein... Noch ein Ultimate machen, aber ich hätte damals keine Obsidian gehabt, wo ich das machen kann. Das kannst du ruhig machen. Da sind noch mehr Plätze drin, da sind, glaub ich. Oder wir bauen einfach zwei Maschinen. Das können wir auch machen. Aber das würde ich dann im neuen, im, im Gebäude bauen. Das wir ja bauen, ja. Okay. Auch so viel Obsidian? Oh, ups. Ich glaube, wir brauchen keinen Holzwagen. Ja, ich habe extra über einem Wald markiert, so halbwegs. Ja, ihr habt's gesehen. So ist die 64k fertig. Die 64k Steward ist fertig. Echt? So schnell? Autocraft oder wie? Ja, ja. So. Dann hätte ich die auch machen können. Ja. Wow. Oh. 74k können wir da noch kaufen. Einer auf jeden Fall. 10. Nicht ganz. Mit 3 können wir rein nicht mehr. Den können wir nicht schon mal um die besseren Starwitches. Wir können ja keiner 2 kaufen, weil wir keinen Netherport zu haben. Okay, wir haben wieder ordentlich Speicher frei. Alter, voll viele Single-Eyexer, wie der da heißen. Ach so, Single-Eyexer. Diese Baumeier. Aber egal, irgendwen können wir vielleicht alles mal gebrauchen. Ne, ja. Wir haben ja... Das gute ist bei dem System, der zählt nur die Menge an Items. Ja, ja. Nicht die Art. Ich weiß. Ich würd sagen, wir lassen das... Warte. Ne. Lass noch einen 64er machen, da rein tun. Dass er voll ist. Und dann mit nem zweiten Server-Dings und später anfangen im Haus. Okay. Oder ich würd einfach einen 1K, einen 4K und dann so machen. Ekelhaft. Wir können eh noch nicht... Wir müssen mal den Bilder... ...netter aufstellen. Da haben wir richtig viel netter Quatsch. Not enough power? Oh, lass mal schlafen gehen. Es ist Nacht und regnet. Das ist der langsamste Prozess, den es gibt für uns. Und jetzt wupp, enough power? Ne. Äh... Warte, wir machen mal den 3Aktar. Warte, wir machen mal den 3Aktar. Warte, wir machen mal den 3Aktar. Immer ein bisschen... Never, Junge. Hä? Er legt der ja grad auf. Ich weiß. Wie viel Strom machen wir? Das sind doch nur... 4. 2K, 4... Wir machen nur 8K Strom. Ja. Und vielleicht auch 1K mit den Dingern. Das ist 9K. Wenn wir den 3Aktar machen, machen wir sogar noch mehr. Ich schätze, das Baby legt sich auf. Du siehst hier schnell... Äh, Y... Hä? Okay, Y macht's gar nicht mal so schnell gerade. Ein Sekundentakt, so. Zwei Sekunden, drei Sekunden Takt, so. Geht eigentlich. Könnt schon da noch. Finde ich. Aber der will der ja schon sehr gut. Schon meistens denke ich weiß. Das Problem ist... Unsere Windräder sind leer. Ah. Ist hier. Alles gut. Übrigens, der Cube lädt nur auf, ne? Der entleert sich nicht. Der ist nur für Notfall oder so. Ich falle... Und für unsere Schuhe zum Aufladen. Ich hab ja auch meine, meine, äh... Links reingemacht, meine Sachen. Oh. Mh... Oder anfangen unsere Base. Obwohl wir brauchen dafür Cobblestone, glaub ich. Laboral. Ich hab Angst, dass ich... Wir brauchen Quarz. Und Steine. Wollen wir vielleicht... Nein, kein Bock. Eine Frage... Ob wir den Bilder... in den Leder stellen. Was hast du mit unserem Zucker gemacht? Gar nichts. Hast du mir zugehört? Ja, kannst du gerne machen. Oder du nimmst den Reaktor mit, oder wie? Oder du musst da eine aber stehen. Um... mit dem arbeiten, ne? Weil wir haben keinen Chunkloader. Schätze. Ja, dann musst du einen LK stellen. Und wozu brauchen wir Neder überhaupt? Neder Quarz. Soll ich Quarz farmen? Wir brauchen aber viel, ne? Wie viel? Mindestens neuen Stacks. Ich geh mal in den Neder. Diesen Quarz-Farm. Geht das nicht so... Ups. Wie viel? Ja. 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 Ups. Jetzt einfach die Atmen kornchen. Aber das ist das Ding, was da drin ist. Niemals. Ich bin dran. Ich glaube, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Weißt du? Ich bin dran. steck's nieder Quatsch schütze und mit der erste um die erste dämonen oh Gott die greift nicht an er aber nicht er hat den bilder neu gestartet weil wir was sind nein ich hab den nur neu gestartet hier und hab stein aktiviert aber wir haben steine ohne ende das weißt du von cobblestone ja gib mal ein und ein compressed cobblestone wir haben noch über 6000 compressed cobblestone schnitzel idiot ach so ja egal ja ok schnitzel ich tu mal die vier stexte quads die ich gefarmt hab gerade ins e system ja ich mein altemaltyk dingsl ist leer gewesen chill ups leicht das baby jetzt auf und das baby auch noch mit das gleiche eben man das baby auch noch mit 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 Oh, wir haben Netawarzen. Das sind Amorals. Schütze, ich habe sechs Amorals. Bin ich gut oder bin ich Güter? Das ist am gutesten. Geil. Brauchen wir Kobalt? Kannst du auch mitnehmen, wenn du irgendwann mal gute Dings machen willst. Was ist das für so wenig Zuckerhauten, ne? Ja. Du sagst Mesh, Zucker. Jum. Wollte ich machen. Zucker besorgen. Ups. Nee, ich wollte den Cable bauen. Puh. Wir haben doch noch Cables. Ich habe noch welche mit dem E-System. Ja, alles gut. Und bitte mach dann auch die fetten Cable. Oder meinst du die anderen? Fürs E-System. Nein, ich meine, ich meine... Die für das System? Oder welche Cable brauchst du? Ja, alles gut. Da rein. Da rein. Ey Schnitzel. Echt geil krank zu sein. Du weißt das eigentlich. Boah, Alter. Was war das? Irgendwas hat mich angezündet. Nein, ich bin so schlau, Alter. Jetzt kommen die Einige an. Ey, ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Dann deswegen die Lichter, nur eine Waffe wird also wichtig. Ups. Und ich bin so schlau. Der Tag. Der Tag. Ich hab jetzt fast 8 Stacks dabei, also 6 und ein Viertel. Reicht das? Wofür brauchen wir überhaupt so viel Quarz? Ähm, das meiste von... also erstmal für Laboratory-Blocks. Und von, äh, Reign-Pine-Storage kostet vieles. Return to Center, oh krass. Ich bin krass, ich weiß. Ups. Oh mein, ne Mentars. Sprech. Up. Ah, schreit. Oh, ich bin krass. Oh mein Gott. Ah, schreit. Ähm, brauchst du schon nicht diese Magma-Blocks? Äh, hab ich, brauch ich nicht mehr. Willst du trotzdem ein paar mitnehmen? Weißt du, was mir grad einfällt? Ich hab den Weg nach Hause vergessen. Oh, hast du keine Markierungen gemacht? Keine Ahnung. Ähm, schwitze. Nein, ja. Ich hab den Weg nach Hause vergessen. Sagst du, ich soll kurz ein Netter kommen? Ach. Einen Moment bitte. Also ich weiß, von hier bin ich ungefähr gekommen. Ich crafte gerade etwas, etwas Wichtiges. Oh, dann stelle ich mal. Das ist bisschen dumm vielleicht, aber ist auch lustig. Ist nicht gefehlt alles, was du machst? Ich weiß. Das könnte ein Fehler gewesen sein, aber ich denke nicht. Ähm. Oh, Alter, was auch immer die Story rum ist. Okay, du bist in diesem Weg. Dann... Ich glaub, das ist ein Fehler, das zuzumachen. Oh, Alter. Was auch immer ich hier gefunden hab, davon hab ich unmenge. Ich frag mich grad zu dir irgendwie. Deine Richtung. Welche Höhe bist du? Keine Ahnung. Was? Keine Ahnung. Steht rechts an der Karte. Warte. Schau mal kurz. Hä? Oh, Imperium ist ein Sensor. Ähm. 99. Äh, 94. Ich seh dich auf der Mer. Bist du beim Portal noch? Nicht mehr. Aber hier hab ich nen Weg zum Portal. Da, komm mal hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Folgen sie mir. Schau mal. Oh, ey. Wirst du vielleicht nen Curse essen? Hör mal auf. Was ist mit dir? Ja, was hab ich gewusst? Hast du mich angezündet, du Wichser? Ja, das war der Hülldruck. Den Endermal, immer noch, ne? I'm just a regular, I've been there. Ich brauche erstmal einen Kaffee und zu dir. Hiya, Boo Boo. Return to Cento. Hehehe. Also, wir haben 12.000 Cobblestone. Ach, ich bin schade. Was? Ach Gott, Schnitzel. Was denn? Ach Gott, Schnitzel. Was denn? Ach Gott, Schnitzel. Ich hab irgendwas vergessen. Nee. Ich hab dir den Quarz hin zum E-System getan, ne? Ich glaub, da sind auch noch ein paar Quarzblöcke dabei, ich bin mir unsicher. Ja. 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 Oder nicht mehr. Was denn mein Atomic Assembler aufladen? Aber nur eine 64 Grad Storage ist voll. Ähm Schützel. Ja. Hast du das Ding jetzt direkt... Ja. Warum haben wir hier so wenig Strom? Würdest du mir sagen meine Kabel sind immer noch nicht schnell genug? Eigentlich sollten die 4K leiten können. Machen wir mal ganz kurz den Reaktor. Ja, jetzt lädt er sich auf. Ich mach den gleich wieder aus. Äh, die Kabel sind leer. Gleich benutzt meine Armee das System jetzt hier zu viel, weil es 39... Ich hab den Reaktor jetzt wieder ausgemacht, das Ding lädt sich auf. Ich hab immer noch auf. Ich brauch nur so'n klein... Ne. Es geht leer. Okay wir brauchen doch wieder den Reaktor Schützel. Na, das geht nicht. Doch, deswegen muss ich auf Hochtouren laufen Schützel. Er geht hoch. Ich weiß, der Reaktor ist auch an. Hast du Essensprobleme jetzt gelöst wenigstens? Hä, haben wir doch Essensprobleme gelöst. Wir haben eine Kaffeemaschine. Mh, mein Kaffee ist nämlich leer. Mh, mein Kaffee ist nämlich leer. Mh, mein Kaffee ist nämlich leer. Wir brauchen irgendwas, was automatisch Felder aberntet, damit wir mehr Kaffee haben. Was machst du mit dem Weizen-Schnitzel? Abbernen und mir Brot machen. Nein! Hör auf! Du hast da ein System ohne. Gib mir das Weizen. Du machst die... Soll ich dir ein Brötchen schmieren für die Schule? Hier, nimm Kaffeebohnen. Die darfst... Komm mal mit Schüsse. Lass die Kaffeebohnen pflücken und die Kaffeemaschine tun. Weil Kaffeebohnen ist hier noch ohne, sogar. Dann kriegst du nur keinen Speedbrauch. Wasser... Dann ist gut. Bitte? Dann ist sehr gut. Wie viel kostet ein Kaffee? Wie viel Kaffeebohnen? Keine Ahnung. Tu die einfach immer wieder rein. Was voll ist. Und Wasser muss auch drin sein. Ich glaub Wasser wird knapp. Nee, Wasser ist noch gut drin. Einfach Schiffrechts klicken. So, das sollte reichen. Dann muss ich Schiffrechte drauf machen. Schiffrechte öffnen und dann Schiffrechte klicken auf Kakao. Dann wird's da reinged... Ah, der ist doch schon drin, oder nicht? Lass warten. Den Kaffee ziehen lassen. Das ist ein normaler Motherfucker. Kass ist, der baut nicht so schnell Cobblestone ab. Ich hab auch noch Kaffeebohnen. Wie ich... Das rein sauge. Ähm... Hä? Wo ist mein Messer? Weib, ich hab mein Messer verloren. Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Ich mach... Kaffeebohnen. Der Kaffeebohnen ist übrigens fertig. Kannst du immer gleich wieder den nächsten starten, okay? Na ja, Leute. Ich würd sagen, das war's in der Folge. In der nächsten Folge machen wir ein neues Messer. Und mach schönes Nutella-Brot. Wir sehen uns. Tschaui. Tschaui. Tschaui.